Ich glaube, dieser Hebel ist mit der Säule verbunden. Welcher Hebel? Du siehst nur hier einen Hebel. Was hast du genommen? Da ist kein Hebel. Typ, Klugscheißer, nochmal bitte. Oh, es wird ein Schatz angezeigt und da sind doch Fallen. Äh, was? Äh, Moment. So, jetzt können wir hier Dinge einstellen. Ach, jetzt ist der Hebel da. Jetzt ist der Hebel da. Ah ja. Ähm, so, das heißt, wir müssen den jetzt erstmal... Ah ja. Okay, und die erste Säule muss auf den Elefanten. So. Die zweite Säule... Ich hoffe, das ist auch die richtige Richtung hier. Muss auf... Was ist denn das? Was soll das darstellen? Bitteschön. Ist das das hier? Ja, das sind ja super Symbole. Äh, ne. Äh, ich glaube, das kommt in etwa hin. So, und der unterste ist dann... Das komische Krokodil. Da. Und jetzt kann man hier draufdrücken, oder wie? Ah. Ja, probier da aus, ob es sicher ist. Geht doch hin. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Die kommen da aber nicht hoch. Kann ich was sehen? Kann man was sehen? Kann man was sehen? Kann er nix sehen. Wahrscheinlich muss man erstmal hier rüber. Da ist der Schatz. Und da ist doch schon wieder eine Falle. Ähm. Den ist ein Leveling-Dings. Bäh. Was muss ich denn jetzt... Äh? Äh, was? Seid ihr drüben? Ihr seid drüben. Oh. Kann ich zurück? Äh. Wahrscheinlich ja. Okay. Oh, Moment. Jetzt husten. Okay. Auf der anderen Seite war dieser Leveling-Stein. Level-Stein. Hier sind auch Nazis. Wie sind die denn hier reingekommen? Äh. Ei. Guck mal. Schaden durch Taschenlampe erhöht. Und wir können hier oben Gesundheit erhöht. Oder Ausdauer nehmen. Den und den. Jo. Hat sich richtig gelohnt. Geil. 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 Schon mal die Waffe wieder wechseln. 28 Schuss Muni haben wir. Gefällt mir. Oh. So, Gasse. Jetzt haben wir es schon so weit geschafft, oder? Sehen wir uns um? Wir erfrieren hier im Urlaubsparadies einer untergegangenen Zivilisation. Und sie freut sich wie ein Schneekönig. Seht mal. Erstaunlich. Zu viel Neugier ist einfach nicht gesund. Aber wir haben diesen Gang gefunden, oder nicht? Jan? James? Dein Optimismus macht mich krank. Hä? Was hast du denn? Alter. Ja, da wollte ich oben nochmal auf den Kompass gucken, aber anscheinend gab es da echt keinen Schatz mehr. Die haben wir jetzt alle. Dafür müsste es hier unten wieder einen Haufen Schätze geben. Äh, was soll das heißen? Statue da drauf, oder wie oder was? Äh, nein, falsch. Bäh. Die Platten sind nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Mann, die sind aber schon weit vorgedrungen, die Nazis hier. Es wird uns ein Schatz angezeigt da hinten. Äh, was? Wo denn? Hier? Anscheinend gehen die Platten gleich runter, was? Jetzt wird doch nur der eine angezeigt. Oder das Ding geht gleich runter. Und es gibt eine Wendeltreppe nach unten. So sieht es ein bisschen aus. Und hier dreht der Kompass durch. Was ist das denn da? Oh, eine Mumie. Und eine Stator. Huch. Huch. Ah. Um Gabe aufzunehmen. Endlich. Wir haben doch gerade erst angefangen hier. Wieso sagst du denn schon endlich? Das ist ja überhaupt gar keine Ausdauer, Junge. Was ist denn hier los? Wir haben die Statue. Wir haben einen toten Nazi. Wir haben Waffen. Ich bin aber noch zufrieden mit meinen Waffen. War hier nicht auch noch so ein Dingens? Ach, hier kamen wir rein. Ne, dann. Da hinten war die Geheimtür. Das ist auch noch eine Geheimtür. Hier wird auch ein Schatz angezeigt. Und bestimmt wieder eine Mumie. Na, sag ich doch. Okay. Brutzeln wir die mal raus. So. Brutzel, brutzel. Das war knapp. Da hat die Taschenlampe kurz versagt. Hab ich nicht lange genug aufgeladen. Ne? Wahrscheinlich. Wir haben erst den Schatz. Den haben wir. Dann müssten da hinten. Warte mal. Wenn das jetzt hier der Eingang war. Dann müsste hier aber auch noch ein Schatz sein. Naja, oder auch nicht. Aber. Ne, hier ist ja kein Schatz. Achso, hab ich noch aktiviert. Kann natürlich auch sein, dass der unten drunter ist. Ne? Die Karte ist ja zweidimensional. Aber hier ist auf jeden Fall der Eingang. Von da sind wir gekommen. Und den Schatz haben wir jetzt. Müssten noch. Ach, guck mal. Das habe ich eben nicht gerallt. Hier müsste auch noch ein Schatz drin sein. Laut Karte. Ich weiß es nicht. Äh, ne Mumie und so ein Ding wieder. Natürlich. Und da ist er. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einer müsste noch hier sein. Obwohl, er wird auch hier angezeigt. Und jetzt. Er wird hier angezeigt. Genau hier. Hagen, bist du der Schatz? Herr Hagen? Sind Sie der Schatz? Nein. Okay. Ich stelle mal eben die Statuette ab hier. Und dann, ähm. Weil ich vermute, es geht dann gleich bergab runter. Sieht aus, als wäre unser Opfer angenommen worden. Huch. Sag dich unten. Ich meinte natürlich oben. Uah, Spiegel. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Spiegel und komische Gerätschaften an der Wand. Und Hebel. Spiegel, Hebel, Gerätschaften an der Wand. Spiegel, Spiegel. Sag mal. Willst du das nicht lieber hier machen? Ja. Äh, was? Ah. Okay, das sind die gleichen Symbole. Das heißt, okay, warte, warte, warte. Wir brauchen jetzt erstmal, hä? Hä? Rätsel verlassen, warte. Achso. Dann drehen wir uns nach links. Okay. Nein, ich wollte das im Tietzbuch. So, und als allererstes müsste das Ding da oben angeleuchtet werden, glaube ich. Wieso geht es denn nicht hoch? Was macht er? Ach, er geht wahrscheinlich hoch, ne? Jo. Bis jetzt an. Man, immer wieder falsch. Als nächstes müssten wir diesen Doppelten nehmen. Das ist er. Dieser Doppelte, das müsste er sein. Ja, Mist. Ich muss erstmal in die Richtung drehen hier. Die Antwort wurde gelockt. Dann Nummer drei ist der mit dem... Da müssen wir wieder runter. Äh, nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Doch, der ist richtig. Der ist sogar richtig, ne? Der ist... Der ist sogar richtig. Die Antwort wurde gelockt. Und dann brauchen wir ihn da. Das heißt, wir müssen einmal nach... Dort drehen. Mit etwas Glück treffen wir automatisch. Achtung, 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 Achtung. Achtung, und... Total vorbei. Super. Ey. Es tut sich was. Es tut sich was. Was tut sich hier? Wir locken ein. Eingelockt. Sperre runter. Sehr gut. Und was sagst du jetzt? Nix, ne? Bei sowas sagst du nie was. Immer kluge Ratschläge, aber wenn ich es dann schaffe, dann könnte nix. Truller. Wohin denn jetzt? Lass mich jetzt erstmal gucken. Hier muss es Schätze geben. Inhalt wird gespeichert. Oh, danke schön. Da ist der Schatz. Und ich vermute, das war noch nicht der einzige hier oben. Es muss hier noch irgendwie so einen Knödelraum geben. Das ist doch bestimmt er hier. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Oh, oh. War da noch was? Oh. Jetzt habe ich... Oh. Oh. Kack Mumie. Oh. Ich kann da drauf schießen. Ah, dann ist der Schatz bestimmt hier irgendwo. Dann ist der Schatz bestimmt hier irgendwie drin, ne? Mann, Hagen. Hier. Schatz. Ist hier überhaupt einer? Hier ist gar keiner. Hier ist gar kein Schatz. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, wo will die denn hin? So viele Tasten. Kompass. Aber er zeigt doch. Ah. Ach so. Ah. Wir mussten alle Mumien töten. He, 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 he. Äh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wenn wir jetzt den Weg weiterfinden, dann... Das ist der Weg weiter. Das ist der Weg weiter. Kurz nachladen. Äh, wieso traue ich diesem Gang nicht? Hm, Kompass ist noch ruhig. Hm, Kompass ist noch ruhig. Das Ding stürzt doch ein. Deswegen gucke ich mal. Ähm. Der nächste Schatz kommt aber erst nach einem großen Raum. Oh. Dieser Ort ist unglaublich. Er muss sich über viele Meilen erstrecken. Das ist nicht schlecht. Ziemlich groß hier. Und ein Leveling-Schrein. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Hier wurden Architekturstile aus der ganzen Welt kombiniert. Ja, hm, hm. Muss ich ja glauben, ne? Können wir irgendwas lernen? Außer Inder, aber... Hm, 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 hm. Ausdauer brauche ich irgendwie gar nicht wirklich. Warte mal, sind das die zwei großen Räume, die auf der Karte eingezeichnet sind? Da hinten ist doch was. Da sehe ich doch was. Äh. Okay. Jetzt ist Ruhe, ne? Ist auf jeden Fall ein großes Hüllen-System. Was ist das hier, wenn man jetzt drauf geht? Ah, nix mehr. Ganze Ding ist ausgeschaltet. Schatz-Check. Roger-Check. Alle bisher gefunden. Nice, 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 nice. Ein Save-Point wäre ganz nett. Dankeschön. Danke für den Save-Point, denn, das heißt für mich, ich mache ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.